So, einen witterschönen guten Morgen, mein Lieber. Aufmerksam zu meinem neuen Vlog. Und ja, wir gehen gleich zu Mamas Freude zu dir. Und dann fahren wir los, also vor anderthalb Stunden. Mama? Mama? Wie viele Minuten fahren wir? Jetzt gleich in den Tuhause. Oh, wow, was ist die Wort? Und ja, jetzt geht euch gleich los. Und ihr werdet euch mitnehmen. Nicht? Doch. Weil du kannst, du hast gar kein Internet. Hier, Leute, genug gar nicht. Du hast gar kein Internet. Das ist die Wort. Simon sagt mal, hallo. Abonniert ihn nicht, danke. So, ah, wow. Mann, Simon. Es rast doch gar nicht aus. Mann. Simon. Dein Buch saß. Lukas, bist du fertig? Ja, warte noch. Nee, warte geht nicht. Ich will nicht warten. Ja, du kannst ja fertig fahren. Ja, es geht. Warte nicht. Warte nicht. Ah, Simon. Du bist ja so süß. Ja, das Buch kommt auch mit, dass ich mir lese. Welcher Buch? Das Löt niemand ausfällt. Welcher Buch willst du mitnehmen? Warte. Au. Ja, also so, ihr Lieber, wir fahren jetzt gleich los. So, sie müssen zum Dix und mein Sohn Ali. Und danach geht es los. Und dann wird es dann im Vlog kommen. Und dann wisst ihr, wir machen wir zwei Nächte. Also einmal Samstag. Und so, dann geht es wieder nach Hause. Und dann könnt ihr euch das Video hochladen. Dann wird es euch das Video anziehen. Ja. Willst du ein Buch mitnehmen? Ja. So, das bleibt hier. So, das bleibt hier. So ist das. Neues Kopfbuch. Also ja, also ich müsste, dass ich meine Brille noch trage. Und danach geht es los. Also das war's. Tschüss ihr Lieben.